Doch Adam und Eva, Junge. Ja, aber die hatten auch keine Mutter. Man müsste gar nicht scheiße glauben, du. Die hatten ja auch keine Mutter. Was von dem her? Doch, den Baum. So, und hallo und jetzt kommen wir zu einer weiteren Folge von Minecraft Survival Build. Heute mit dabei natürlich wieder mal die ganze Gruppe. Hallo. Der Tobi, Alex und Tobi ist schon. Ja, mein Name. Und ich wollte... Ist vielleicht jemand von euch in der Nähe von Sporn? Nein. Hallo. Ich bin gerade bei meinem Haus, wo ich an den Abbau weiterbauen wollte. Ja, ich bin auch gerade an meinem Haus und weiterbauen. Ich bin gerade meinen weiterbauen. Und ich bin gerade mein Haus. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mein Haus weiterbauen. Wo ist nicht, letzte Folge, vor, 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 acht Folgen, wo ich nochmal... Oh, scheiße, jetzt habe ich keine Birkenfetzlinge mitgenommen. Ich habe so viele von... Ha, Tobi, du bist so behindert. Ich habe so viele von... Oder, oder? Oh, wir alle zwischenquatschen. Aber nicht. Die DF-Birsch-Botreiche nicht scheiße. Ich werde erstens vollgebringen, dass ich eine Mine und meine. Und ja, viele hier machen. Ah, ja, es kann sein, dass ich einen Ofen von dir abgebaut habe, Tobi. Warum? Ja. Ehe, nicht von dir vom anderen Tobi. Also irgendwie will man Radio gerade nicht. Ah, jetzt. Weil da war keine Kohle drin. Ich habe einen Ofen gebaut und habe ich dir mitgenommen. Ey, Ofen gebraucht. Da hat es keine Koppel und keine Holz dabei. Nee. Also ich hatte keinen Koppel dabei. Wer ist eigentlich alles im Haus bauen, gerade? Ich? Ich bin gerade am Holz fahren für mein Haus. Nächst mal der Lautsprech anfängt. Ja, ich. Das mache ich gerade auch. Ich muss ja meine Handy ausmachen. Ich baue jetzt mein Haus und was macht ihr so? Ja, ich. Ich tue halt die Kottamanten fahren. Oh, ich habe so leichte Kopfschmerzen. Keine Ahnung warum. Ich habe auch bis um halb sieben gepennt. Ich habe heute Bauchschmerzen. Moment mal, du hast eine Stunde gepennt. Nee, ich habe bis um halb sieben abends gepennt. Oh, läuft. Bis um halb sieben gepennt als ich, ich habe 13 Uhr gepennt. Ja, läuft, alter, richtiger. Nee, und ich wurde um halb sieben heute. Ich wurde um halb sieben heute Abend sogar noch geweckt. Oh, wir nennen gerade so eine WhatsApp, ey. Doch. Oh mein Gott, das ist scheiße, wenn du so lange pennst, wenn dich dann noch jemand weg, Junge, das ist richtig traurig. Ja, ich weiß. Aber das ist auch gar nicht. Äh, ja, was wollte ich jetzt noch machen? Ah ja, ich wollte den Zaun noch weitermachen. Großbruch. Nee, ich wollte den Zaun weitermachen. Ich habe ja noch, wollte, also mein Ping, also mein Ping gerade läuft, ging auf 800. Wie viel? What's in Mayweck? Ping auf 800. Mein Tag, ich habe Ping, habe ich ja gerade noch. Mein Ping mit dem ersten Ding, zwei, drei. Oh, geil, wenn ich jetzt für Slash-Ping machen könnte. Mein Ping ist noch 3,0. Oh, ich weiß schon, was ich gerade aufnehme. Ich wollte den 20er Ping haben, mindestens. Also ich hatte noch nie so einen schlechten Ping. Ja, was für ein Ping hast du gerade? 20. Mein Sch... Der schlechteste Ping, der ich hatte. Der schlechteste Ping, der ich hatte, mal 4.000. Jo, okay. Der schlechteste Ping, den ich je hatte, war, keine Ahnung. Ich glaube, 120. Das ist der schlechteste Ping, ja. Ja. Ich habe ja nie einen schlechten Ding. Ja, wenn der Mann, ja, ich spiel, spiel du mal den ganzen Tag mit 500 an, ey. Weißt du, dass wir uns, wie es uns ging? Krass. Ist schon klar, wenn man da, keine Ahnung, wo man von der Welt, wobei auf dem Bauernhof wohnt, wohnt. Brauchst einer von Schmaragde? Ja, kannst du mal ein paar geben. Ja, ich habe mich gerade doppelt gehört. Nur so, zur Info. Bei mir war es nicht. Ja, bei mir war es auch nicht. Ja, ich habe mich gerade bei irgendjemandem doppelt gehört. Kann nur bei mir sein. Ja, du willst du es auch boxen an. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der Kopfhörer anhat, oder? Alter, nee. Ich habe auch Kopfhörer an. Ich fühle einfach meinen Puls an meinem Kopf. Ja, ich weiß nicht genau wie... Ich bin Kopfhörer eh viel besser als Leutsprecher. Ja, ich auch. Ich kann nicht, was alle haben. Nein! Nee, ich fühle mal... Ich finde, die Kopfhörer haben eigentlich bessere Qualität. Ich bin dann aufversehend auf die Windows-Taste gekommen. Wow, ist doch richtig schlimm. Ja, ist ein Aufnahm, ist es einfach so gut. Zeit auf die Windows-Taste, passiert nichts. Ja, der durchbringt... Der durchbringt meine Aufnahme ab und fängt hier von von an. Der hat das nicht auf minimiert. Der hat das noch Vollbild. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, nee, aber weißt du... Bei mir passiert nichts, weil ich ein iMac habe. Wenn ich die Windows-Taste drücke, passiert bei mir nichts. Ich hasse Apple-Produkte. Boah, Alter, ich fang gerade auf. Nee, ich hasse auch Apple-Produkte. Ich glaube, das Einzige, was ich gut finde, ist der iMac selbst. Also, das Betriebssystem bin ich gut. Ey, ist bei euch auch immer so, wenn ihr am Anfang aufziehen, dass jemand immer stört? Ja. Ja, ja, der Call-of-Mein stört er mich immer. Ja, zum Beispiel meine Mutter kommt dann öfters mal rein. Ja, keine Ahnung, man. Gestern meine Mutter... Die gerade nervt mich rein. Heute wissen, die Aufnahme hat mich gerade angerufen, ey. Ich hab voll aufgeregt. Oh, Alter, wer nervt mich gerade, wie dein WhatsApp? Jo, ja, das kenn ich. Ich hab jetzt gerade mein Handy ausgemacht. Ja, die ganze Zeit... Ich hab in meinem Zimmer kein WLAN, also von dem her kann ich mich da nicht stören. Du hast in deinem Zimmer kein WLAN. Ja, ich bin jetzt im Keller und da hab ich kein WLAN angefangen. Bis von meiner Tür... Ich fühle mich so, als wäre ich im Bund verwandelt. Bis von meiner Tür... Bis von meiner Tür hab ich noch zwei WLAN-Schnitte. Und mach ich ein bisschen kleine Stritte rein und zack, mein Internet. Da denk ich mir auch immer nur tschi-tschi. Ja, wieso wohnst du auch im Keller, Junge? Du bist ja kein Sklave oder so. Kellerkind. Nee. Er war ein böser Junge. Nee. Er muss bestraft werden. Immer wenn Tobi missbaut, muss er in den Keller gehen. Aber hier ist voll warm. Ja, natürlich. Und dann bist du freiwillig in den Keller gegangen? Ja. Junge, wo bist du? Ja, ich hätte von Anfang an angefangen. Ich hätte von Anfang an angefangen. Ich hätte von Anfang an angefangen. Und wenn ich da mal ein bisschen zu laut war nachts, dann sind die eventuell auch. Und wenn du zu laut, wenn du zu laut warst. Du äh, sowieso immer laut, sonst kommt ja gar nicht drauf an. Ja, das steht mal wohl. Das war nicht nett. Nein, hab schon. Ey, ich sag doch nur Wahrheit. Das ist ja auch nur der Wahrheit, ey. Das ist ja auch nur der Wahrheit, ey. Das ist ja auch nur der Wahrheit, ey. Das ist ja auch der Wahrheit, ey. Ja, ist hell. Oh, ich kann essen fahren, die ich verholen hier gleich. Junge, ich hab' einen Steck Karottenfass. Ich hab' einen Steck Kekse. Ein Kekse? Mh. Ich hab' sie überhaupt nicht gemacht. Boah, scheiter. Ich hab' kein bisschen zu essen. Ich hab' kein bisschen zu essen. Aber das ganze Tier rutschen. Geh' mir mal ein paar abgebildes. Nein. G-Hacker. Hab' ich auch schon gesagt. Ich hab' einen Plan, wenn ich anfange mitzuspielen. Die erste, was ich mache, ist Holzfarmen. Vielleicht dann auch immer mein Geil. Was geil ist, ich kann mich gar nicht verhören. Weil mein Dschungel ist einfach, ist einfach, ist eine Insel auf der einen Dschungel drauf. Die Insel ist mit einem Ozean. Kann mich aber nicht daran erinnern, dass jemand danach gefragt hat. Nicht fast. Ja. Halbes Herz. Ich darf' nicht sterben. Ich hab' 27.11. Ich hab' mich so kaputt. Ich hab' mich so kaputt. Wenn du jetzt vom Creeper gesprengt wirst, Junge. Ich lache mich so kaputt, Alter. Was wär's doch los, Alter? Was wär's doch los, Alter? Guck mal, doch. Guck mal, doch. Ich muss jetzt die ganze Weiche abholzen, Alter. Nur wegen mein Haus. Ich weiß doch, Alter, heute Morgen vom Creeper gesprengt. Können wir jetzt vielleicht Fetten gehen? Ja, warte. Ja, tschö Gott. Ja, warte. Ich bin jetzt einfach mal mitten im Dschungel. Ja, ich bin drinnen. Warte, ich auch gleich. Warte, ich auch drinnen. Warte, ich auch drinnen. Ich auch. Jo. Ja. Boah, schau. Das war eine angenehme Nacht. Warte, ich noch essen. Auf jeden Fall. Ja. Für die Idee. Ich glaube, ich geh nachher auch mal meinen. Also, ich glaube, ich brauche es mir auszuhören, aber ich meine. So. Ich glaube, es ist... Ja, endlich mal Kakaobohnen. Mach dir auch meine Haus aus Birkenholz? Nee, ich wollte... Nee, ich mach Eichenholz. Ich mach eine Mäschung aus... Ähm... Aus... Botenklangs und... Ähm... Neun Minuten. Genau, neun Minuten. Neun... Alter, wieso so schnell? Ich kapier's nicht. Keine Ahnung, frag Gott. Der hat's erfunden. Na. Hier ist ne fette Schluch. Ich hab' ich vorher nicht gesehen. Ey, Leute, ich hab' ne Frage, ne? Welche? Also, jeder... Jeder hat ja ne Mutter, oder? Ne Mutter? Ja. Ja, jeder hat ja ne Mutter, oder? Ja, jeder hat ja ne Mutter, oder? Du bist ja die Bibel immer beschrieben. Gibt das, wie du vorstellst? Stimmt, dann gibt es... Ja, stimmt. Eigentlich gibt es ja keinen ersten Mensch auf der Erde. Weil... Doch, Adam, defot. Was? Doch, Adam und Eva, Junge. Ja, aber... ... der hat ja auch keine Mutter. Der hat ja auch keine Mutter. Wer denn da auch keine Mutter? Die hätten ja auch keine Mutter. Das von dem her... Auf dem her... Auf dem Baum. Stimmt. Der Baum war doch. Ja, der Baum. Wer von euch... Wer von euch... Äh, Leute weiß er gar nicht fangen. Der Baum an die... ...gefühlten haben, ey. Wer von euch... Wer von euch... Wer von euch... Wer von euch... Wer von euch gefühlt... ja ein Schaf Stöhne auch nicht Mür ich brauche Leder für mein Video die Bücherregel hast du erinnert ist mein erstes kommt ja nicht drauf an ob man an Gott glaubt oder nicht ist doch scheißegal während die auch scheißegal ich hab gerade einen doof abtache man tut das was man für richtig hält ich hab gerade einen Wildstoff gefunden das ist immer der Antichristen und so weiter ich hab schon zwei Pyramiden gefunden ja ich bin doch noch nicht mit acht Folgen Haus bauen ja ich bin zuerst auch mal zwei Folgen seit drei Folgen Haus bauen bin schon am zweiten Stock Junge ich hab jetzt einen Partner ich mach mir voll ein riesen Baumhaus Alex Alex du wolltest doch dein du wolltest doch dein Humm auch in Zunge bauen ich baue gerade auf den Berg habt ihr schon ein paar letzte Folge glaube ich ach so ja stimmt ja stimmt okay dann hab ich den Zunge gefunden was ist kein gewünscht Leute was ist kein gewünscht worden sie mussten die ganze in Köln alleine in den Brunnen Köln ich glaube ich hab das ist das was ich schon gefunden hat die anrufen ein weiterer Anwälter auch immer den Kliniken die Karte mehr das abgleich noch alle wollen wir sind ja ich muss ich ehemaligen sind es sind es ist und möchte noch mit zwei Häusern zu ließen wird schon drauf das ist das mal mit zwei Häusern und Brunnen und zwei Blätter der eine will für 21 weizen 1 1 ja okay ja das war da wo ich schon war denn da war noch ein bildschirm habe ich aber gefällt weil richtig schlecht an der vier smaragde für einen für ein leder harnisch hier ist maragde für ein alter vor die abzocken das ist schon ein guter preis ja ja ich bin jetzt dann gleich bei 14 minuten ohne ich muss ich muss auf heute also heute muss ich fall mit zwei folgen die erste und die zweite weil es war ja der tonfell stimmt aber ohne spaß das was du mir geschrieben hast das war keine frage das war in der vergangenheitsform ich hab ne ich hab so eine frage geschrieben in der vergangenheitsform jungen wer schreibt eine frage in der vergangenheit und das ist keine frage junge ja was gibt's für leute das hier mal eine frage in der vergangenheit geben nicht ne gute not in deutsch ok was sagt die in deutsch ok ne 3 ist 6 alter ich glaube er hat sogar ne 5 in deutsch ja warte ich sage ich sagte ja einfach ein set schreiben ja ich sagte ich habe auch nicht zu schreiben ja ok man schreibt ja mama x ist 263 da rein zu sagen ist ja ja ich bin aber niemand hier bipschreser die tipp tecnología rablabla hat tatsächlich auf die�ne habe ich weiß ich kann dir nicht die tippe es war nie alles klar das ist eigentlich nichtацияika hier schreibt natürlich die tippe ich bin jetzt die eine schule die wieder auf das kommt dann Gott, die Namen von durcheinander. Wie Dank, guck mich. Ja, warte mal, ich hab die Fritz auch, äh... Ne, ich werde von mir jetzt auf die Insta-Malp Outroad wollen wir setzen, damit die auch nicht austrocknen. Ich wollte das auch machen, wenn man austrocknen. Ach ja, ich wollte auch wollen holen. Jo, Leute, ich beendete meine Aufnahme jetzt. In 20 Sekunden sind wir bei 15 Minuten. Und Leute, dann was ist von meiner Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dann sage ich auch schon bis zum nächsten Mal bei dem Call of Meiner D. Und tschüss. 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 Okay, ähm, ich werde jetzt hier, in meinem Zufall, ich werde jetzt hier noch hier kurz hier das Ganze erfüllen. Aber super, ich kenne die Aufnahme nicht beenden. Wieso nicht? Ja, bei meinem Programm, das ist manchmal so, aber das ist richtig selten. Ja, du kannst es ja am Ende wegschneiden. Ja, schon, aber es regt einfach auf, wenn du da 5 Minuten mal draufklickst und dann aber nichts passiert. Und es einfach weiterläuft. Aber jetzt ist es ja eigentlich fertig. So. Läuft dich schnell, komm gleich wieder. Das war Folge, lass mich raten, 16. Ne, das war Folge 17. Schon ein bisschen voraus. Du bist schon zu weit. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja. Warum? Was ich veröffentlicht, meine fünfte Folge. Ja, ich höre es noch mal auf mit der Aufnahme. Warte, ich stell mich grad auch mal irgendwo hin. So, so, so. Ich hab nur so zur Info, ähm, meine Aufnahme ist ja auch gleich zu Ende. Und ja. So, ich beginne jetzt wieder? Ja, im Moment. Ja, warte, dann wäre nicht zuerst kurz meine Aufnahme. Warte. Ja, Leute, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lass ein Abo da. Daumen nach oben und schau. Ja, Leute, das war's dann. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Kann auch gern kommen, den Abonnenten, den Abonnenten und ich fde mal raus und sagt, schau. Das war's jetzt auf meiner Seite. Da sehen wir uns. Der nächste Folge wieder, wenn ich versuche, dass, dem, der, das, das Haus weit zu bauen, das, das wir so schaffen werden, das wir so schaffen werden. Okay, Leute.